Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo hier auf meinem Kanal. Ich habe eine kleine News für euch und zwar gibt es jetzt eine Android und eine iOS App von mir. Ich würde sagen, wir fangen damit an, dass ich euch kurz die iOS App vorstelle und ein wenig darüber erzähle. Im ungestarteten Zustand sieht die App so aus. Ihr habt dann die Möglichkeit die App zu starten und direkt ein Auswahlfenster zu sehen. Da könnt ihr dann zwischen verschiedenen Möglichkeiten wählen. Ihr habt zu einen die Möglichkeit meine aktuellen Videos anzuschauen, meine Testberichte zu lesen, meine Facebook-Posts anzuschauen oder aber mit mir Kontakt aufzunehmen. Hier seht ihr ein paar Bilder, wie das Ganze dann aussieht. Kommen wir als nächstes zu meiner Android App. Diese ist ähnlich aufgebaut, auch wenn sie ein wenig anders aussieht. Im ungestarteten Zustand sieht das Ganze so aus. Wenn ihr die App dann startet, habt ihr auch hier wieder die Möglichkeit meine Videos anzuschauen oder aber in ein paar Testberichten zu lesen. Auch hier könnt ihr wieder auf meine Webseite zugreifen. Die Apps sind kostenlos erhältlich und die Links zu den Apps findet ihr in der Videobeschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze einmal ausprobiert und mir gegebenenfalls Feedback gebt. Bis dann, haut rein!